Ich heiße Marlin Kemürkara, bin bei der Firma Liebhardt seit ca. 3 Jahren im Team Berufsbekleidung BKL Lilo. Ich bin die Verbindung zwischen Büro und Produktion. Ich kontrolliere immer wieder die Qualität der Kleidung in den Stationen und trage dann somit die volle Verantwortung für den Bereich. Als Teamleiterin bin ich nicht nur für die Zusammenstellung und Verpackung der Kleidung zuständig, sondern auch für die Personalplanung und Betreuung, für die Überwachung der Produktionsanlage und für die Prozesse. Und in der Technik helfe ich auch gern mit. Hier ist jeden Tag anders. Ich mag die Vielfältigkeit, die der Arbeitsalltag mit sich bringt und die alltäglichen Herausforderungen. Kleider machen Leute auch im Unternehmen. Achso, Sie möchten in unser Team einsteigen? Dann bewerben Sie sich jetzt hier. Schalz 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 1 Schalz 1 2 3 4 Vielen Dank.